Jo, meine Leute, willkommen zu diesem neuen Video, zur ADAC-GD-Master in Klettwitz, Lausitzring mit dem Prediction-Kollefine 2 von 2. Los geht's heute um 9 Uhr live bei sport.de und auf adacmotorsport.de. Das Rennen von der Pole startet Arthur Ruhiger mit Frank Pereira, Herzling Klub und dahinter Christopher Mies und Tim Zimmermann vor Ben Green und Niklas Krütten. Dahinter 4 Daniel Rukadea und Jan Marschalkowski vor Dennis Marschall und Kim Lui Schramm. Dahinter auf 6 startet für das Rennen Fabian Schiller mit Jules Gunen und 7. und 8. wird Florian Spengler mit Markus Winkelhock und Joel Sturm und Sven Müller. So, das war's vom Qualifying 2 von 2 der ADAC-GD-Master Saison 2022 in Klettwitz, Lausitzring. So, lasst ein Like, da lasst noch, but a good ways. Ciao! 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 Ciao!